Hey, hey, was geht? Ihr Ranked Schwitzer und Lockerzocker da draußen. Juri hier und heute ist Dienstag und ich habe mir gedacht, ich werde versuchen aus dem Dienstag ein Gameplay-Dienstag zu machen. Das heisst, ich werde versuchen jeden Dienstag ein Gameplay zu posten von mir, meinem Team oder von irgendwelchen Leuten, mit denen ich spiele. Und heute fangen wir an, oder ich, für euch. Also, viel Spaß beim Schauen und wie immer, wenn es euch gefallen hat, benutzt den Daumen, abonniert, kommentiert. Los geht's! Alter! Ich sehe, dass ihr alle diese Map liebt. Warum diese Map? Keine Ahnung. Ich habe die schon rausgestellt. Ich habe sie auch aus, also definitiv. Ich hasse diese Map auch. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, heimlich nehme ich sie immer, um euch zu ärgern. Ich habe sie mal drin, damit ihr alle... Struggelt. Ein bisschen struggelt. Warum hat der eine Augenklappe? Sieht so scheiße aus. Hat der kein Geld für ein zweites Auge mehr, oder was? Ja, ein brasilianischer Pirat. Ja. Für den zwei. Ja klar, wir können es nicht. Quick. Ja? What's your name? B-Nerds? Ja. What's your name? What, man? Stan. Heißt du? Stan. 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 I know you can say Stan, because it's a dirty name. And... Stan. What about Asshole? What about now? Aha! German's back in it again with the humor. Okay. The German in Marvin kicks in, you know? The Asshole German. I'm a German. The potato German. I'm a Jerge Spargel. I'm a Jerge. Okay. No, you're a bratwurst. Oh, man, ey. Where are they? The Pischer. Unten. Unten. The Pischer. Oh, then I'm destroying all the cameras. What the fuck is your drone doing up there? What the fuck is your drone doing up there? Okay, let's take over control room. I'm going down the stairs. Fuck them all. Okay, machine control is nobody. Nobody. They have a Valkyrie coming out. Lighter, 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 lighter. Stairs, stairs, stairs. Stairs room. Yes. Lighter, lighter. Bloody Mary, bloody Mary. I have no drone anymore, guys. I have a drone. Just... That's it. Cover me, guys. Please cover me. Alright, engine room's clear. Engine room's clear. Yes. I need Thatcher. Thatcher something. Right here. Tagging, tagging, tagging. Oh, shit. Still need Thatcher, dude. Hey, Pulse coming up. Pulse coming up. Pulse coming up. Pulse coming up. God damn it. It said someone cover me. Thank you, guys. Oh, shit. Rook is right. Rook is on Diffuser. He's behind us. But it's spotted all the time. Jäger, on tag, on tag, on tag. Move, 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 move. Left, left, left. Jäger's left, inside, left. Just get the Diffuser plant. He plants. He plants. Marvin. Yeah, I'm planting. He's planting. There's still another bomb. In the room in your left, Capitale. Chill, chill. On my left? Yeah, on your right, on your right. On your right. Chill. Look at the little hole in the bottom right. Right from the right, Marvin. There's a hole in the bottom right. Chill, chill. You can look through that. Chill, man. That works. Good shit, guys. 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 God, I'm so unnötig gestorben, Alter. Cafeteria, or down? Down. Let's go, Cafeteria. We need Bob Wire, man. Oh, where do you want to go? Oh, go. You want me to go, Bob Wire? Bandit, bandit, Bob Wire. Yeah. Yeah. Carriera. Yeah, boy. Yeah. Give me that, Bob Wire. Mm-hmm. All right, guys. These guys don't have footage communication. Just look at your scoreboard. Three guys are in game chat, too. Why not? Three guys, sir. All right. Let's go. I can't do this. Not the time for this. Not for this you. Nice. I swear. No way. I'm sorry. waa waa waaay waaay mca i think i think i must do it nach unten schon bei den treppen weiter lol war sie war sie mann sag mir bitte dass niemand im maschinenkontrollraum ist okay solange ich da hingehen ja gerade noch frei ist frei ist frei ich schritte und eine kamera nein steht eine tür wird eingeschossen jama ist jetzt so eine tatsache ist jetzt so eine in beide runter in motorraum okay das letzte ist bei mir nach einer wand auf wollen die wand aufmachen bei bandit bei dir wollen sie die wand aufmachen das ist alles schon was kommt zeigt euch mal kurz alter er geht oben wieder rein oben wieder drin kontrollraum jetzt wissen die dass wir dann alle drei alle drei unten alle drei mutter rum ey was leute ist so ein vier ne er hat das verhören hat als komplett zerstört ehrlich gesagt weil ich hatte die formen hinten fast und dann wurde sie verhört sind sie alle rausgelaufen scheiß man krass aber ich finde schon krass dass sie dafür rausgelaufen sind oder meine friseur hätte ich nicht gemacht ich kam gerade zu treppen nach und da sind die alle rausgespruntet man drei leute das war so bitter man nicht hätte sich alle holen können die haben nicht auf kommen die spielen doch zusammen drei leute mit drei leute zusammen laufen spielen doch zusammen ja wobei das wird ja angezeigt auf dem bildschirm dass du jetzt entdeckt ist immer angezeigt ja aber die die sind ja immer nur zusammen rumgelaufen zu wird auch zum ende hin das heißt es sind mindestens drei die sich zusammen verständigen da weißt du da steht ja dass drei leute aber im spielstand sind so wie sie nicht ich glaube ich dass im spielstand und mit zusammen rumlaufen würden die sind kaffee terriere die man über die küche oder die man vorne aber schwor das ist eine schwere ich gehe ich gehe hinten erst mal rein weil die jetzt nicht ich denke mir vielleicht wieder eine spongebung so ich versuche casino küche so von oben immer da oben da ich habe ihn jetzt schon gegeben hätte aber es ist echt immer da oben wo sind die casinos frei dropper ist verstärkt lol der liegt da und guckt da auf die türen der hund über der küche ist der dropper nicht verstärkt alle beide nicht all right guys someone drone imma follow the drone right i'll just i need someone i need someone in the kitchen in the kitchen in casino to open up to kitchen for me casino is one the bad the bad the schlafzimmer hedges und off headroom hedges open immer noch Casino wo wo na Casino ist gone Casino ist gone Casino ist gone also sie ist gone to kitchen Acklark 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 hatches open ja beide ich bin auch da über Acklark Baker ist hier he ist moving she is in the little room she is in the pig room he is here go on go on hatch on three one two three go down der eine guckt immer hinten raus is Valkyrie dead there is a Valkyrie in here you know where the fuck is she going oh we got we traded we traded it is so shit right yeah er is in the room Leute lol whys push the Was tut denn Sledge da, alter? Shit, alter. War das der letzte? Ja. Ja, lass mal Kifte-Rir nehmen, alter. Gott, ich hasse diese Leute. Ihr seid zu dritt hinter den Bennetra gepusht, weißt du? ja ich verstehe es den habe ich nicht verstanden den move von ihm oder den verwendet warum es nicht aufgeschaut er ist mit nur ein zeug reingelaufen um mich doch kranz abzuhängen ich weiß nicht wer ihn hat weil weg weiß ich habe einfach auf die beiden geschossen ich habe auch schwer nicht viel gesehen wegen rauch und so direkt ja 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 ich bin ja ich bin die 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 Satchi. Du bist nicht alleine. Satchi kommt hier. Wer? Juri ist da, oder? Aklag. Aklag ist da. Aklag. Ja, die wollen grad kommen. Termite geht da auch hin. Pass auf, Alter. Termite geht da auch hin. Du könntest sterben, wenn du da alleine bleibst, oder? Ist ganz, ganz schlecht. Äh, Casino Hedge ist opened. Das war ich. Oben, ne? Oder die untere Hedge? So in, ja, da oben und so. Up here, up here. Need help. Ja, nur zwei Downs. Das ist eine Krankheit. Ubi, du drohen dich. Dich hin, falls sie dich zu doller pushen. Interrogation! Fuck off, man. Fuck off. Such the pussies man. Fuck off. Ashes lit, Ashes lit. Ashes lobby, oder? Next to lobby? Near to lobby? Woah, he's down, he's down outside. He's down outside. Where? On top, on top, left. Left door, left door. On top, cockpit, left door. Yeah. Termite, Termite, Ash coming to him. Ash coming to him. Ash is coming. Not only Ash. Not Ash, that's not fucking anyone. Not down, not Ash, not anyone. She was down. That's just really low. That's lit. Chill, chill, chill. 3v. Just chill. 3v, 2.5. 30 seconds, guys. Lock it down. Don't play them. 1v is still on top. Is jemand am Hedge? Is jemand am Hedge? Beim Casino. Yeah, yeah, yeah. Enemy. Enemy on Hedge. Casino Hedge. Stairs, silver stairs. Gonna down. 2 people stairs. 2 people stairs. Another one. Termite down. Oh, nice. 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 Good job. Lol. One's defuser. We do defuser. Oh. Oh. Oh, I'm out here. Let's take Cario as well. I hope they fucked up with a really important operator. Is that possible on defense? I think they're top floor. They must be. No, downstairs maybe. Downstairs. Well, watch out for Capcom traps, I guess. Capcom, yeah. Russia, watch out for the Season 1's Palm Peaks on the little door, right? Yep. Season 1's Palm, Season 1's Palm Peaks, man. Everyone forgets about him. So just use him again. Watch out for Capcom traps. I hate this hole, I hate this hole, I hate this hole, it's so stupid. Oh, I'm downed. I'm downed, I'm downed. Holden, back, back, holden, holden, man. Drowning. I'm going, brother. Engine's clear. Engine's clear, Buck. Drowning top floor. Pause top floor, pause top floor. Pause running outside. Nice. Engine's clear. Rage. He left the game. Bombs port, Capcom is in B. Capcom is in B. Capcom is in B. Back off. Kitchen, kitchen, kitchen. Hey, er rennt da einfach durch, Alter. Leu. Kitchen, leu. Oh mein Gott, leu. Kitchen. Mach doch den Draht kaputt, Mann. Wie dumm kann man sein? Man hat doch keine Bewegungsfreiheit, Mann. Mit einem Pflanz. Passest du doch nicht aus, Mensch. Ja, was? Ich bin dabei der Hingrenner. Upsest, still upsest. Platsy, Platsy. Plants. 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 You're way too late now. No, no, it's not too late. One minute to go. Aim up. Throw a drone. If you can. Let us. You saw her, you saw her. Get out your shotgun. Von rechts kommt er, Mann. Hey, get behind her. I can tell you when he's peeking. Yeah. Throw a grenade at the doorway. Throw a grenade at the doorway, Mann. Er hat keine Zeit mehr, Mann. Schön. Good chat. Egal, gewann. Good plays in time. Hast du mich noch getötet, oder war das die Bombe, die er für dich ist? Nee, das war die Bombe. Okay, nice. Boah, Alter. Wenn da beide hinrennen, krieg ich Angst. Und dann auch vom Stachelrad gefangen sind. Zwei Stück. Let me see where we go. Engine? Alright, let me play. That's gonna go to the end. Yeah. I'll help him get him free. Ah, not on match point. Wait, it's gonna go. You have to go. Wait, it's gonna go. How could this happen to you? You made your mistake. No where to. Aww. Don't worry, Mann. I got you. Oh, thanks. Was vielleicht nicht bad. Auf die Ruhe Auf die Ruhe I need a reinforcement here Where I am No one's going at the service anymore, alright? You got this I have the bag The drone in an engine Coming from here Ballen, they are in the upstairs, main stairs, quick, quick, main stairs Okay, going down, going down, engine room Twitch is lit Twitch is left, wait, go through the wall, wait, I'll text you right Here Live 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 Okay, hatch is open und Termite ist bei der Treppe Kommt hoch! Nee, kapitao Ist hier Ist schon runter gesprungen Oben, 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 oben Ja, der kam zu spülen Rechts, rechts, and dead, and dead And dead, is dead Oh shit, alter Toll Bomben ist noch keiner zu Ich geh einfach zur B-Bombe rüber Don't play Rescue, man No, okay Guck mal hinter mir, okay? I'll tell you when they are coming from service or peeking in They're droning out B Hey, someone watch Everyone get on a Valkyrie camera, man Everyone get on a Valkyrie camera Ja Ehm Ja, just push him Watch uns, watch uns hier, tagging, tagging, tagging I'm Bombe, Bombe In B In B Bombe Use yourself Watch that, lauf von hinten, lauf von hinten über engine Plan Schieß Schieß, schieß einfach Schieß einfach Claymore, kann nicht hoch Kann nicht hoch, aber Claymore Nice Schieß Lucky Headshots for the win